Wenn wir kommen, gell, wenn wir kommen, gell, äh, ich geh mit an die Kaffee. Mein, das ist ein Pauschbauer. Ich hol ja, ich hab ein Kaffee mit Pommes. Das ist ein Pauschbauer, das ist ein Pauschbauer, das ist ein Pauschbauer, das ist ein Pauschbauer. Das liegt. So, okay, das ist jetzt der Oschenbächer, vom Fx-Treffen, am Stubenbergsee, beim Schnitzelwirt. Und, das ist der Arsch, vom, ähm, Tyrannosaurus Rex, ganz ein schickes Fisch. Und da steht Bargo, und das sind die Mädels, die, die bei uns mitfahren manchmal, das ist die Daniela, es regnet leicht, der Martin, den geht's aber heute nicht ganz gut, hab ich gesagt. Ja, ein bisschen Karpfe, oder? Ja, man hat so weit gehen, dann mach mal aus. Der beißt, der beißt noch die Tsche vorher. Ja, kommst du her, ja, kommst du her, komm mal, schau mal da. Du bist auf YouTube. Okay, das war so, als Zucker-Marsch. Zucker-Marsch! Ja, schau, was ist das, was die Zucker? Ah, 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 Entschuldigung. So, die Frau hat mir jetzt gerade die Tür auf den Fuß gehaut. Mein Gott, nein, kann ich das gut machen? Das ist jetzt im Internet, gell? Da kann ich das gut machen. Ja, wir trinken auch ein großes Bier nachher, alle zusammen, gell? Die ganze Partie. So, ich muss ja jetzt auflegen.